Hallo und Herzlich Willkommen zu meinem Video am 22. Dezember 2020. Noch zwei Tage deines Weihnachten. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Weihnachtsstimmung gehabt wie dieses Jahr und mich so drauf gefreut. Obwohl ich schon weiß was ich bekomme. Aber es ist mir extrem wichtig, dass meine Familie zusammen kommt und dass wir Zeit zusammen verbringen. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich freue mich einfach aufs Schenken und auf die Gespräche und so weiter. Und ähm, ich bin einfach schon total gespannt und freue mich auf den Christbaum und so weiter. Aufs Dekorieren und so. Und ja. Ähm, ich hab gestern mit Christoph und Kerstin telefoniert. Ich weiß nicht ob ich gestern davon erzählt hab. Ähm, die sind nicht so in Weihnachtsstimmung. Es geht. Ähm, Christoph hat Probleme mit dem Handy. Ähm, ich hab Probleme mit dem Handy. Ähm, und seine Kinder nehmen ihn da nicht ernst. Und, helfen ihm nicht. Da muss ich wohl wieder mal helfen, wenn ich Zeit habe. Und wieder zu ihm fahre. Ähm, und Kerstin wäre am liebsten, dass Corona endlich vorbei ist. Aber naja. Wir können uns das ja alle nicht aussuchen. Heute war Daniel nicht da. Ich war also wieder Assistenzlos. Weil er sich krank gefühlt hat. Aber, es tut mir sehr leid für ihn. Aber, ich hoffe es geht ihm in den nächsten Tagen besser. Und, ich hab gesehen, dass er gespielt hat. Und, ich hab gesehen, dass er gespielt hat. Online. Aber, ich sagte nichts darüber aus, ob es ihm körperlich gut geht oder nicht. Weil ich tue auch Computer spielen, wenn ich krank bin. Weil es ablenkt. Und, ich hoffe es geht ihm in den nächsten Tagen besser. Und er hat ein schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich übrigens allen von euch. Aber, das habe ich gestern schon gesagt. Ähm, mir geht's mittelmäßig, mir geht's psychisch nicht so gut. Aber, ich versuche es auf die Seite zu stellen. Und, damit klar zu kommen, dass, halt jetzt wieder ein Lockdown kommt. Und, ähm, ich freue mich einfach auf dem 24. Übermorgen. Und, auf dem 25. Und, was danach kommt, interessiert mich jetzt noch nicht. Und, davon möchte ich mich jetzt so wenig wie möglich belasten lassen. Ich merke etwa, dass es mir psychisch nicht so gut geht. Aber, ich möchte einfach ignorieren. Weil, einfach, es ändert nichts daran, dass es einfach so ist. Und, dass der Lockdown kommt wieder. Und, ähm, ja, dass man damit umgehen muss. Und, die Gespräche mit Kerstin und Christoph tun mir gut. Morgen meldet sich Kerstin nochmal. Ähm, hoffentlich, wenn sie Zeit hat. Und, ich habe auch Geschenke für Kerstin und Christoph. Und, freue mich im neuen Jahr, die ihnen zu geben. Und, ähm, und, auch wieder Therapiestunden bei ihnen zu haben. Und, Gesprächsstunden, bei Kerstin und Gesprächsstunden, bei Christoph. Ähm, und, ich hoffe, dass das bald am Anfang des Jahres wieder möglich ist. Und, dass, ähm, Telefontherapie aufhört. Weil es einfach nicht das gleiche ist, wenn man sich sieht und, ähm, und ich freue mich auch, wenn morgen Kerstin sich müde ist. Ähm, sonst gibt's nicht viel Neues. Ähm, ich bin ziemlich müde. Habe auch meine Medikamente schon genommen. Und, das ist dann abschalten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Tag Magen und Magen und Magen und Magen. Schönen Weihnachten. Tau. Ari Inas. Bis zum nächsten Mal. Tschönen? S paths.